Augen auf und hören zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Berna Verley und ich mit Saffron. Verdammte Mongolen. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It grows. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for five days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top of Tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolians think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go, beat up all the Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smells like a rhino-richi asshole. Schau mal, was die hier so verkaufen. Kann ich mongolisches Fleisch kaufen? Sehr gut. Ey, wir haben 50 Dollar. Warte mal, wir sind voll mit Heil trinken, lass uns die verkaufen. Können nichts verkaufen bei ihm. Auch wenn kaufen, verkaufen da stand. Scheiße. Egal. Gut, ja. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Quest. Können wir dich schnell machen? Ja, natürlich. Das wäre nämlich mal eine Quest. Ey, schlag die Vase kaputt. Die leuchtet so schön. Hm, noch eine. Da steht ein 11. Scheiße drauf. Das schaut echt aus wie ein Haufen Scheiße. Das ist nur ein 11, den können wir... Na gut. Hey, hier drin wird nicht gekämpft. Na gut. Oh, du willst etwas in das? Äh. Das war immerhin. Dafür werde ich ihr... Geblitzt. Oh ja. Das hast du gut hingekriegt. Ich hab gedrückt, du hast viel zu fähig. Der wird... Äh. Äh. Wow. Du musst den dringend... Äh. Dann vom Butters. Ja, mach mal den... Mach mal den... Den 11 hier weg. Der ist scheiße. Stunny weg. Nein, der wird geluschen und toten. Hm, irgendwie... Nein, warte mal. Der kriegt einen Davids Schleuder. Ich muss... Ich muss... Achso, in die andere Richtung. Okay. Noch einmal... Einmal die heilende Berührung. Danach geblitze. Und dann soll... Ja, der ist hin. Der ist dann hien... Nüber. Du weißt doch, jemand Takiya kann das. Ja, Mann Takiya. Natürlich. Okay, das mit dem Locken muss ich noch besser hinkriegen. Aber egal. Oh. Boah. Warte, ähm. Warte, ähm. Warte, ähm. Warte, ähm. Warte, ähm. Warte, ähm. Ja, ging zwei Elfen. Warte, ähm. Warte, ähm. Philipp. Philipp. Geld. Da kriegst du immer wieder 10 Cent raus. Hm. Hm. Dann gucken wir mal in den Tower of Peace. Kriegenstack Wurstband. Was? 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 Von hinten? Doch, von hinten? Ngorollern. Hm. Wir haben eine Neunbaut. Flammenschwert. Hä? Aber irgendwie war das glaube ich gleiche Klasse vielleicht. Können wir den deswegen nicht? Ug. Uuh. Mongoleñ. Wir sind Mongolen. Auch hier nochmal abfeuern. Abfeuern! Oh Gott, ein Torhüter! Warte! Jetzt sind es wieder drei... Oh, Bruder! Das war knapp! Vielleicht sollten wir uns nicht mal eine... Nein, nein, nein! Und... Gut, besser ging's nicht. Haha! Äh, ich will wieder einen stunnen. Ja, den Frontmann stunnen? Und ich würd jetzt dann... Äh, die hinteren Dritzeln. Genau. Allerdings darf Butters was fressen. Eine Kleinigkeit. Nehmen wir das Wasser! Wieso? Das Wasser ist bloß die normalen Halse. Bloß Statusveränderungen. Eben vor allem. So... So... Nimm den versteckten Mann aus. Genau den hier. Und... Das war knapp. Das war knapp. Das ist fast falsch. So... Dann... Ein paar Schritte der Klopfer. Und den Trütenmeilen. Was? Äh... Den hier wegprügeln. Den da hinten. Ja. Und... Talas Misch! Ach! Ähm... Du hast nicht mehr genug Mann, dann nimm einfach den hinterher raus. Ja. Und... Der vordere wird jetzt... Der Kipfel. Nein, die haben zufrieden. Du bist zufrieden. Eingedrückt. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Mach's besser. Du hast Buddhas verloren. Ist mir wurscht. Einmal noch. Niemand braucht Buddhas. Sehr schlecht. Buddhas ist der schlechteste Heiler aller Zeiten. So, da hinten ist noch einer. So, da hinten ist noch einer. So, da hinten ist noch einer. Jaja, wir sind doch schon auf dem Quest. Ja, du kannst den Drachen abschießen. Alle beiden. Du siehst die Augen glitzern. Und du hast den letzten noch nicht geludert, glaube ich. Jetzt... Ah, ich glaube, du musst irgendwie noch was einführen. Ah, ja. Da fehlt was. Der Drachenschwanz. Ah, der ist da oben. Oh nein. Oh nein. So ein schwieriges Düssel. Und ich als das nicht geschafft. Ja, wirklich. glück öffne ich SESA und wir schon wie viele Ebenen hat dieser dumme Turm das scheint die letzte keine Kinder wir müssen jetzt gegen den Mund der können wir können wir fliehen ach so das ist die ganze Horde naja vielleicht vielleicht können wir sie mit Judenjutsu okay sie sind immun gegen Stun scheiße hemmen sie du musst den Hammer der Gerechtigkeit das war der meiste perfekte ja wenn sie weiter auf dich gehen ist das alles kein Problem die Schleuder ja dann kann uns immer schön Quattas heilen und wir regenerieren ordentlich Mana ja Quattasana ja sauer wir oh oh ich hab's geblockt okay saugut weil sonst wären wir von der süßsaurin Überraschung gelähmt worden bestimmt ja ich dachte angewiedelt oder so nein ich glaube wir wären damit kennst ja die Folge bestimmt ja es läuft alles viel besser als ich gedacht habe sie sind fast leichter als ihre Kinder ja weil sie allein sind haa nicht mit uns benutzt das Highlighting auf Butters mit uns ein Highlighting auf Butters Kleiner reicht erst dann kommt genau und mit dem Rückenteil schon aufmunter und tadaa ok sehr schön sehr schön läuft alles wunderbar und 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 warte ich hab den konnte das ist ich weiß nicht ob du den überhaupt wirklich konnte und warte ich hab den konnte das ist ich weiß nicht ob du den überhaupt sehr schön sehr schön sehr schön und die letzten Raketen in die Luft jagen ja 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 und wow und 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 ok wir haben den Dorn des Friedens nein wollen wir nicht Dazwürdigst du zuhause Nein, ich will nur wissen, was jetzt als Belong ist All this shitty chicken you can carry You do good work I'll help you fuck up, not going anywhere Not bosses though, they're too tough You call me with this, I give you one more day Okay Wir sind Level 3 geworden Und wir haben ihn als vorhin Ja Miniatur Gong Sau gut, wir haben eine Beschwörung jetzt gekriegt Okay Nur gegen Bosse, Bosse sind zu schwer Jetzt leveln wir noch schnell Unsere Fähigkeiten, Juden Jutsu oder David Schleuder Wow Ja Zweierangriffe Das war's dann für heute und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Tschüss 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 Tschüss